Taskleiste seitlich oder oben positionieren Wenn Sie einen Widescreen-Monitor verwenden, haben Sie mehr Platz für Ihre Anwendungen, wenn Sie die Taskleiste zum Beispiel an den rechten Rand andocken. Unter Windows 7 müssen Sie zu diesem Zweck die Fixierung der Taskleiste aufheben, rechte Maustaste das Häkchen vor Taskleiste fixieren, entfernen und dann die Taskleiste per Drag & Drop an den rechten Rand ziehen. Aber auch über den Befehl Eigenschaften des Taskleisten-Menüs können Sie die Position der Taskleiste festlegen.